Auf den Kanonen von Kapp, es tut's nie an. Wenn es mal regnete und es ergegnete, ihnen eine neue Rasse, braun oder blasse, dann achtete sie vielleicht da auf den büchsten Tata. Jundi war der Whisky zu warm und Timi hatte ihn nun denken, aber Georgi nahm beide beim Arm und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soll er den Mohnen auf den Kanonen von Kapp, es tut's nie an. Wenn es mal regnete und es beginnete, ihnen eine neue Rasse, braun oder blasse, dann machten sie die letzte aus dem Büchsten Tata. John ist gestorben und Jimmy ist tot.